Anschluss gesucht? Wo geht es weiter? Bei LinkIt muss mit den zwölf Wegstücken eine rote Linie quer über den Spielplan gelegt werden. Die Aufgabenkarten zeigen, welche Teile für das jeweilige Rätsel verwendet werden dürfen. Wichtig dabei ist, dass der rote Pfad nie unterbrochen wird. Die Wegstücke haften selbstklebend am Spielfeld und können nach dem Knobeln mühelos wieder gelöst werden. Wer denkt, er hat das System durchschaut, hat sich getäuscht. Nach den Aufgaben für Einsteiger warten noch weitere Rätsel in den Kategorien Advanced, Expert und Master. LinkIt. Wer geschickt kombiniert und die Klebeteile richtig anordnet, knapp das Rätsel. Der knifflige Knobelspaß von Hooch & Friends. Bis zum nächsten Mal.